Sprechen wir über die Recherchen der gemeinnützigen Rechercheplattform Korrektiv mit dem Vize-Chef der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag-Wahlkreis Herzogtum-Lauenburg-Stormann-Süd in Schleswig-Holstein. Hallo Konstantin von Notz. Hallo Herr Bauer. Herr von Notz, wenn die Recherchen von Korrektiv stimmen, wovon man mal ausgehen kann, haben PolitikerInnen von mindestens zwei Bundestagsparteien an einem Treffen teilgenommen, das offenbar einen Angriff auf die Demokratie vorbereitet hat. Was heißt das aus Ihrer Sicht? Ja nun, dass es Rechtsextremisten in Deutschland gibt, das ist keine neue Information und da auch ernsthafte Gefahren. Darüber reden wir seit Jahren. Was neu ist und wirklich eine neue Dimension ist, ist die Konkretion der Planungen. Am Ende geht es ja um die Deportation von Millionen von Menschen, ob mit, ob ohne deutschen Pass. Es geht um Menschen mit Migrationshintergrund und um politisch unliebsame Bürgerinnen und Bürger. Und da erkennt man eine Bedrohung, eine Totalität, die Planung einer Terrorherrschaft. Und das ist eine neue Dimension, wenn da Kräfte beteiligt sind, die auch hier in Form der AfD im Deutschen Bundestag sitzen. Okay, darüber sprechen wir gleich Herr von Notz und dass wir nochmal die Fallhöhe klar machen. Sie sitzen ja auch im Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Was genau ist aus Ihrer Sicht die Gefahr dieses Treffens und dieser Teilnehmerauswahl für die Demokratie? Also wir sehen hier ganz klar die Vernetzung von Rechtsextremisten mit rechten Kräften, die schon in Parlamenten sitzen. Mit sehr konkreten Planungen für die Zeit, in der man sich in politischer Verantwortung hofft. Und diese Pläne lassen an Deutlichkeit nichts vermissen. Da geht es um das Deportieren von Hunderttausenden Millionen von Menschen. Und das wird vollkommen ungeschönt hier besprochen miteinander. Und das ist ganz klar für alle Bürgerinnen und Bürger eine Gefahr. Denn diesen totalitären Gedanken inne wohnt die Willkür, dass hier die Mächtigen entscheiden können, wer dazu gehört, wer nicht, wer in Freiheit leben darf und wer in Haft gehört. Und das sind alles Kennzeichen von totalitären Machtansprüchen. Und die sind eine Gefahr für Menschen, die die Demokratie lieben und schätzen. Totalitäre Machtansprüche, Diktatur. Sagen Sie, muss aus Ihrer Sicht der Verfassungsschutz hier tätig werden? Ja, selbstverständlich. Der Verfassungsschutz ist ja schon tätig in dem Bereich. Es sind mehrere Landesverbände der AfD als klar rechtsextremistisch eingestuft. Ich meinte, er muss jetzt explizit nach dem Bekanntwerden dieses Treffens der Verfassungsschutz jetzt auch tätig werden. Und wenn, aus Ihrer Sicht, wie? Also, Sie wissen, dass ich auch im Parlamentarischen Kontrollgremium bin und da regelmäßig mit diesen Fragen befasst bin. Und insofern kann man einfach davon ausgehen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesämter sich mit diesem Vorgang sehr konkret befassen werden. Das ist ja Ihre ureigenste Aufgabe, übrigens auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte, dass es eben tatsächlich möglich ist, das wissen wir aus der deutschen Geschichte, dass Parteien, die in demokratischen Wahlen gewählt werden, am Ende dazu antreten, die Demokratie abzuschaffen und die Menschen mit totalitärer Herrschaft zu überziehen. Und damit das nicht wieder passiert, haben wir den Verfassungsschutz. Und deswegen kann man, glaube ich, sehr fest davon ausgehen, dass man sich genau um diese Fragen jetzt sehr intensiv kümmert. Nochmal deutlich, Sie haben die AfD ja angesprochen bei dem Treffen in Potsdam mit den Rechtsextremen. Waren auch unter anderem Roland Hartwig, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der AfD und heute Berater von der Partei und Fraktionschefin der AfD, Alice Weidel, dabei. Außerdem von der AfD unter anderem noch Sachsen-Anhalts-Co-Vorsitzender, auch dort der Fraktion im Landtag, Ulrich Siegmund. Was erwarten Sie jetzt ganz konkret von der AfD? Ja, also man hat ja schon Verlautbarungen aus der AfD gehört. Die einen versuchen sich zu distanzieren, eher weniger glaubhaft. Und die anderen aus Brandenburg sagen ganz offen, was heißt hier Geheimplan? Wir planen an der Deportation von Millionen von Menschen. Also insofern glaube ich, die AfD wird sich hier nicht wegdrücken können. Natürlich können Sie von einzelnen Personen nicht auf eine gesamte Organisation automatisch schließen. Aber ich sage mal, diese Erkenntnisse von Korrektiv, die Recherche, die bettet sich ja ein in ein Gesamtbild von der Partei, in der sie sehr unverblümt genau dieses Narrativ der Remigration, also der Deportation von Millionen von Menschen mit oder ohne deutschen Pass plant und hier auch immer propagiert. Und das sind ganz klar Bestrebungen, die sich gegen unsere Verfassung richten. Und dafür haben wir Verfahren. Und ich kann nur sagen, die wehrhafte Demokratie, die aus der Weimarer Republik und der Machtergreifung der Nazis gelernt hat, die wehrt sich dagegen. Und da sind alle Sicherheitsbehörden und Verfassungsorgane gefordert. Herr von Hotz, habe ich Sie eben richtig verstanden? Für Sie ist die AfD, und zwar die AfD, so wie sie im Bundestag sitzt, gesichert rechtsextrem? Das steht mir nicht an, das zu beurteilen. Das ist nicht meine Aufgabe. Ein Bundestagsabgeordneter entscheidet darüber nicht. Aber ich habe Sie ja nach Ihrer Meinung gefragt. Ja, genau. Eine Meinung gibt es dazu nicht. Das ist ja eine rechtliche Beurteilung. Und ehrlich gesagt, ich kann die nicht treffen. Ich glaube, dass es viele Hinweise darauf gibt, dass das so ist. Aber ich glaube, dass das den Verfassungsschutzbehörden obliegt, das festzustellen und am Ende Gerichten obliegt, das zu entscheiden. Und weil wir Gewaltenteilungen Gott sei Dank in unserem Verfassungsstaat haben, obliegt das anderen als mir, diese Beurteilung am Ende zu fällen. Konstantin von Nordz, vielen Dank Ihnen, Vize-Fraktionschef von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Danke Ihnen hier für Ihre Einschätzung hier bei Phoenix. Herr Bauer, ganz herzlichen Dank. Einen schönen Tag. Ihnen auch.